In diesem Video geht es um die besten Flambierbrenner. Der Qualitätssieger in unserem Flambierbrenner-Test geht an den Rösele Flambierbrenner. Rösele Flambierbrenner zum Flambieren von Süßspeisen wie Creme Brulee, Fleisch und Gemüse geeignet zum Häuten von Paprika und Tomaten, zum Anbräunen von Fleisch oder zum Karamellisieren von Süßspeisen. Stufenlose Flammenregulierung bis zu 1300 Grad für ein stets gelungenes Ergebnis natürlich mit Kindersicherung TÜV GS geprüft. Einfache Handhabung dank der unkomplizierten Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas, praktischer Dauerbetrieb, Tankinhalt bis 60 Minuten zusätzlich wird ein stabiler Stand durch den Standfuß gewährleistet. Die einfache Handhabung und die vielseitigen Einsatzfelder des Flambiergerätes machen es zum wertvollen Utensil in der Küche. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Sondico S400. Mit Sicherheitsschloss wird ein versehentliches Zünden verhindert und eine breite Basis verhindert das Umfallen. Die lange abgewinkelte Düse und der brennfreie Fingerschutz halten ihre Hand sicher von der Flamme fern. Die Küchenbrenner ist aus TÜV-zertifiziertem Aluminium- und ABS-Kunststoff gefertigt, um einen ergonomischen Komfort zu gewährleisten. Füllen Sie die Bunsenbrenner mit Butan jeder Marke. Schieben Sie einfach das Sicherheitsschloss zum Öffnen und leuchten Sie mit Piezo Ignition Technology. Ideal zum Karamellisieren von Zucker auf Creme Brulee, zum Glasieren eines gebackenen Schinkens, zum Anbraten eines Stegs, zum Braten von Paprika, zum Schmelzen von Käse und zum Toasten von Semmelbröseln. Auch nützlich zum Anzünden Ihres Kamins, von Kerzen oder Zigarren, für Hobby, Kunsthandwerksprojekte, Schmuckherstellung, Schweißen, für mehrere Camping-Anwendungen, Kleckse und vieles mehr. Die Piezo Zündtechnologie ermöglicht die Verwendung in jedem Winkel, auch auf dem Kopf stehend, mit müheloser Einhandbedienung. Der einstellbare Temperaturregler für die vollständige Kontrolle der Flamme ermöglicht eine Flammentemperatur von bis zu 1300 Grad. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Flambierbrenner-Test ist der Renfox Flambierbrenner. Dieser Butan-Kocher ist klein und leicht, mit dem ergonomischen Griff, bequem zu jeder Zeit zu verwenden. Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigte Zündung und eine breite Grundplatte verhindert, dass es umfällt. Gebildet mit haltbarem Körper der Aluminiumlegierung für dauerhaften Gebrauch. Mit einem großen Fassungsvermögen und nachfüllbarem Design, das Butan-Kochfackel-Feuerzeug kann nach Ablauf wieder aufgefüllt werden. Mit einstellbarer Flamme kann die Temperatur bis zu 1300 Grad erreichen, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen, so dass Sie die Intensität der Flamme nach Ihren Anforderungen wählen können. Weit verbreitet zum Karamellisieren von Zucker auf Creme Brulee, Glasieren eines gekochten Schinkens, Braten von Rippchen und Steaks, Braten von Paprika, Schmelzen von Käse, Toasten von Brotkrumen, Löten von DIY-Schmuck, Grillen oder Camping oder als Überlebenswerkzeug und so weiter. Es eignet sich auch hervorragend zum Verarbeiten und Schweißen, zum Erhitzen und Biegen von Kunststoffen und so weiter. Füllen Sie den kulinarischen Flammbierbrenner mit Butan, schieben Sie einfach das Sicherheitsschloss zu, drücken Sie dann die Taste und die Flamme leuchtet. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.